Moin Leute und Willkommen zum vierten Part meiner Iron Man Challenge, der Challenge bei der man einfach nicht sterben darf und so weiter und so fort. Die Regeln stehen unten in der Videobeschreibung. Wir befinden uns immer noch hier in Dolana und haben zwei neue Quests, beziehungsweise hier noch die alte Quest mit der Halskette und hier Ursal, der Raufer, dass wir den, also Ursal, den Raufer töten. Okay, obergeil. Dann würde ich sagen, machen wir als erstes das, holen wir uns die Halskette und dann töten wir Ursal, Ursal, Ursal oder Ursula, obergeil. Kannst ja gerade zwischendurch trinken. Dann noch kurz an der Nase kratzen. Und ab geht's, so. Jetzt schon 90 Prozent. Easy. Easy. Oh yeah. So, wo sind die Müstiker? Nice. Müstiker, eh? Ihr seid's, da ist ein Gärtner, nice. Ein Gärtner. So, wo sind sie? Nachtsäbler, oh shit, wir müssen hier aufpassen, nicht, dass wir auf einmal, alles auf einmal pullen. Da, Mystiker. Easy. Oh, Rainshare. Nee. So. Oh, du hast den Traumfänger, alles klar. So. So. Bist du schon mal ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt und dann liegst du da. Sehr schön. So, wo sind die restlichen? Da sind zwei. Dann brauchen wir noch drei. Einmal da. Und level up. Geht's jetzt. Stufe 9. Was bekommt? Nein. Der da oben. Der. Der. Der steht einsam auf dem Berg. Einsamer Wolf. Nice. Sieben von sieben. Dann können wir ja direkt wieder zurückgehen. Und töten jetzt Ursaal. Der Raufer. Sieht's ja mit unserem Pad aus. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Kölsch geht's gut. Oh, leckig. Schattet's richtig. Du wirst auf dem Kölsch. Nice. Ursaal, der Raufer. Töten wir erst Ursaal oder geben wir erst die Quest ab? Ich glaube, die Quest können wir erst mal abgeben. Fresh. Müssen wir ja nochmal da hoch. Wer weiß, wer weiß. Fast schon Stufe 10. Nice. Dann können wir endlich auch das Gebiet wechseln. Wo können wir dann hin? Dunkelküste. Sehr schön. Das wird dann, glaube ich, interessanter als hier. Hier sind auch easy peasy Gebiet. Von daher. So, wo haben wir die Questgeberin da oben? Der Entgeber. So. Liegt. Was haben wir hier? Bringt den Smartgrünen Traumfänger. What? Ach, herrje. Ach, müssen wir jetzt ernsthaft noch da runter? Okay, dann töten wir aber jetzt erst mal Ursaal. Oh Gott. Okay, okay, okay. Die Frage ist, ich komme jetzt da hoch. Ich muss mir ernsthaft hier ganz außen rum. Oh Gott, das wird ein Fußmarsch. Ich glaube da rein, oder? Dich ist richtig. Das war da drüben. Ne, da hoch. Okay. Ah, komm, Waldweberspinne. Oder wie hieß es? Waldweberlauerer. Alles klar. Lauern du mal. Ach, da haben wir auch direkt eine Quest. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Was hast du denn für uns? Wirklich. Nice. Ja, das ist ja direkt dabei. Ja. Sehr schön. So, wo haben wir denn die Knarz-Klauen? Puh, das ist schon fast down. One-Hit-Wonder, oder was? Der geht jetzt nur einer hier. Oh je. Keine Herausforderung. Sehr schön. Ah, da haben wir direkt. Oh ja, da haben wir ganz viele. Komm, die machen wir doch. Sehr schön. Nice. Und da haben wir noch einen direkt. Sehr schön. Ach komm. Da ist der Nächste. Nice. Oh. Töten wir dich noch. Dann haben wir alles. Nice. Easy. Die Kölsch angerannt kommt. Die Kölsch-Katze. Nice. Ach, toll. Da oben wären auch welche gewesen. Oh, Rofel. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay. Aber ich habe es mir schon irgendwie gedacht. Ich habe es mir zwar gedacht, aber ich dachte mir eher, warum nicht? Tötest du direkt da hinten die ganze Reihe. Was haben wir hier? Hier oben sind noch welche. Nice. Und da ist Ursaal. Ursula. Hallo. So. Löst es da an, sondern bis down. Keine Chance. Ich denke, was kommt denn da? Okay. Ich will was Tolles dabei. Nö. Nö, Kupfer. Oh Gott, das springen wir lieber nicht runter. Das möchte ich nicht riskieren. Also, gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Bleh. Hehehe. Mehr fern. Knarzklaue. Ach ja. Die Musik ist wenigstens schön hier. Die habe ich schon immer toll, toll gefunden hier. Das ist eine schöne, angenehme Musik. Passend zum Gebietmuster. 1A. So, Quest abgeben. Mach schon wieder 43 Prozent. Vielleicht schaffen wir es noch in dieser Episode, das Gebiet zu wechseln. Mal abwarten. Uh, ich stehe da mit meinem Shopper. Ich stehe da mit meinem Shopper einfach so rum. Bin Stufe 11. Deck, was macht der eigentlich noch hier? Hehehe. Ah, pardon. Aber das musste sein. Du, la, na. Oh, yeah. All right. Wo ist er? Oder wo ist er? Er. Sie ist. Da. Na, du doch nicht. Was kriegen wir? Eine Dornwurzweste. Alles klar. Das können wir noch benutzen. Dornwurzweste. Da. Ich verkaufe das hier mal alles. Das habe ich gleich Mist gebaut. Sehe ich schon kommen. So. Da haben wir eigentlich nur eine Quest. Oh Gott. Wir hängen fest. Natürlich. Ja, da haben wir die Quest. Was möchtest du? Ja, das ist ein seltener Erden. Wo ist das? Ach, da unten. Ach ja, da unten. Bei diesen komischen Baumlingen oder so. Aber wir gehen jetzt erstmal den Traumfänger ab. Oh ja, Traumfänger. Ich weiß noch damals in der Grundschule, als wir so Traumfänger uns selbst gebastelt haben. Leck sahen die Kuh aus. Was bist du? Wer bist du? Angelpeach. Ich bin ein Angelpeach. Bleib da stehen. Wie, du schreibst mich an. Gehen wir schön außen rum. Leck. Fast freue ich mich, wenn wir Stufe 20 sind. Wenn wir dann endlich endlich den ganz reiten dürfen. Stufe 5. Ach, herrje. Ihr seid ja easy. So. Da haben wir es. Traumfänger. Aha. Hast ein Disconnect, ne? Oder was auch immer. Ja, dieser Weg. So. So unendlich lang. Das war jetzt auch geil. So. Unendlich lang. Komm her, Nachtsäbler. Easy. Einfach mal ein bisschen EP abstauben hier. Komm, wir machen Saldo. Mach kein Saldo. Leck. Bist du viel Nachtelf. Ah, also machen wir. Ah, da macht er einen Saldo. Ah, da macht er einen Saldo. Ah, da macht er einen Saldo. Grüßt. Grüßt. Abgegeben. Sehr schön. Ich bringe mir das Päckchen jetzt mal da runter. Und dann müssen wir da unten, glaube ich, die Baumlinge töten. Wenn ich es recht in Erinnerung habe. Hm, nom, nom, nom. Oh, geil. So ein richtig geiles Stück Fleisch. Oh, geil. Das wäre es jetzt. Da haben wir so ein Baumlinge. Oh, ja, Stufe 9. Eine Herausforderung, hey. Aber auch nicht wirklich. Ja. Nee, ich bin dein Smartphone. Und ich klingel dann, wenn ich es will. So. Päckchen abgeben. Hallo. Hallo, den Alain. Den Alain. Den Alain, okay. Den Alain, ja. Ich bin den Alain, ja. Lasst uns nun diese seltene Erde in meinen Pflanzenbehälter füllen. Ich danke euch nochmals, Kaffee. Diese seltene Erde wird mir bei meinen Experimenten von großem Nutzen sein. Ich bin geirrt. Ja, da sind sie, genau. Sprossen sammeln. Und. Körner, okay. Oh, hier und hier unten. Questen schon wieder so viele Leute. Ach, so nervig. Hast du gedroppt? Hat nichts gedroppt. Alles klar. Nice. Da. Eins von sechs. Sehr schön. Also droppt, glaube ich, bestimmt hier jeder Zweite. Also zwölf Viecher töten. Ja. So sieht es auch aus. Vier von zehn. Fünf von zehn. Da haben wir noch so ein Bäumling. Baumling, Bäumling. Baumling, Ling, Ling, Ding, Ding, Ding. Drei von sechs. Sieben von zehn. Easy. Acht von zehn. Ja, wie? Jetzt hat keiner von den zwei gedroppt. Das ist mich verarschen. Aha. So. Neun von zehn. Und. Das ist der letzte. Zehn von zehn. Nice. Jetzt noch zwei Sprossen. Du chargst mich nicht an. Er hat eine Axt dabei. Nice. Fünf von sechs. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm hier. Oh. Nice. Können wir ja benutzen. Auch wenn es Stoff ist. Aber egal. Also viel bringt es jetzt wirklich nicht. Aber ist eigentlich egal. Genau. So. Dann gehen wir die Quest ab. Dann sind wir auch schon 20 Minuten drüber. Hallo, Bäumling. Sehr schön. Müsste aber auch, glaube ich, ein Level abgeben. Ja, es müsste ein Level abgeben. Nice. Dann sind wir auch schon Stufe 10. Dann können wir auch schon das Gebiet wechseln. Sehr schön. Sehr schön. Hallo. Nice. Wupp, wupp. Stufe 10. Oh. Was hast du für uns? Okay. Schlechter. Okay. Okay. Nein. Nichts. Was kriegen wir? Begleiter. Zwei rufen. Nice. Sag mal. Was haben wir eigentlich alles bekommen? Wildtier zähmen. Nice. Wir können uns ein neues Tier zähmen. Wildtierkunde. Damit wir... Tier freigeben. Genau. Und Begleiter rufen. Schwert euer zweites Tier zu euch. Ihr müsst euch erst von dem Begleiter trennen. Was haben wir noch bekommen? Yay. Spezialisierungen. Nice. Die wir leider nicht benutzen dürfen. So. Ein Crap. Schlachtfelder und Dungeons. Dungeon? Oder auch nicht? Ne. Keine Dungeon. Nur Schlachtfelder. Alles klar. Ja. 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 Ich weiß. Mach nicht so. Mach nicht so. Spezialisierungen. Nice. Leider dürfen wir es nicht benutzen. Das wäre zu geil. Und ein neues Tier will ich eigentlich sowieso noch gar nicht. Ich glaube ich... Bis dass der Tod uns scheidet. Köls und ich. Oh Gott. Wo renne ich überhaupt hin? Hallo Spinel. Wir fliegen jetzt nach Darnassus. Genau. Da haben wir so ein Irrisch. Wieder um den Baum schlängelt. Sehr schön. Machen wir das doch hier. Was fehlt euch hierher? Darnassus. Dankeschön. Geben da diese Quest ab. Das ist hier noch so groß. Damals habe ich hier alles gequestet, hier auf dieser Mini-Insel in Teldrassil. Habe ich alles durchgequestet, daran kann ich mich noch erinnern. Und Quest abgeben, wo ist, da ist, Quest abgeben, nein, das machen wir nicht, denn wir gehen jetzt hier durch das Portal und fliegen zur Dunkelküste, Lordanel, hallo, nice. Sehr schön, da werden wir jetzt nämlich weiterquesten, werden wir jetzt weiterquesten, so cool, ich hoffe, das ist dann auch ein bisschen schwerer dort, gehe ich schwer davon aus, nice, darauf freue ich mich schon, oh Gott, und da klingelt mein Handy, das ist nicht gut, uh, das ist nicht gut, oh, ne, da muss ich jetzt mal meinen Sound ausmachen, das geht hier tierisch auf den Sack hier, muss aber erst mal telefonieren jetzt, nice, also, liebe Leute, hier werden wir in der nächsten Episode weiterquesten, in der, beziehungsweise auf der Dunkelküste, in Lordanel, hehehe, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen, falls ja, denkt dran, einen Daumen nach oben zu geben, oh, dann jetzt einen Kommentar zu hinterlassen, und wir sehen uns das nächste Mal, ich bin der Michi Man, ciao!